Der Alarm hat Mirna Wanker gegen Eskan vor der Steier. Das Spiel dann in der Gruppe ziehen. Nächstes Spiel dann Lask zur zweiten Stelle und dann Mirna Wanker. Das nächste Spiel Lask in USCC Städte. Und dann Mirna Wanker in Kornsteiner. Nächstes Spiel Lask in USCC Städte. Und dann Mirna Wanker in Kornsteiner. Nächstes Spiel Lask. Nächstes Spiel Lask. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.